ich begrüße euch wir haben das sommer noch das wetter ist wie es ist brauchen wir nicht darüber streiten wir sind ja immer noch hier bei star wars und denken uns was aus und zwar täglich grüßen dass star wars murmelt hier star wars ist ja mittlerweile also krieg der sterne hat sich irgendwie besser angehört wie immer star wars es könnte sein dass sie sich abnudeln und deswegen muss man auch gucken wie oft man über star wars sind ich meine im moment geht ja da richtig was los weil in 170 tagen ist e8 also sobald der juni vorbei geht das ruck zuck im september kommen die ersten weihnachtlichen sachen ja dann ist schon so eine art vorbote im moment fliegt die zeit irgendwie fliegt die zeit keine ahnung warum aber ist so und wir suchen jetzt das sogenannte sommerlauch haben jetzt die abhandlung waren solo es ist richtig auch wir besonders ich auch als filmemacher wenn man arbeitet und abgelöst wird oder auch nicht oder die sache zu ende bringt irgendeiner schreit immer rum mit urheberrecht die streiten sich jetzt die streiten sich jetzt über die urheberrechte im moment und wie gesagt kathleen kennedy ist halt mag es nicht sie mag das nicht was sie abgeliefert haben und so wie ich mir alles angesehen habe würde mir das auch irgendwie nicht gefallen ich meine die tricktechnik ist ja okay man kann daraus vieles machen nur glück haben schaffen die in den drei wochen also am 10 juli starten die wieder und drehen dann noch mal einen ganzen monat vielleicht drehen sie auch ein bisschen länger und können damit diesem material vielleicht was machen weil das sind ja auf einer art ja alles profis und das geld ist ja auch da ist ja nicht knapp sie müssen es halt nachher vertreten wenn es in den sand also bis jetzt erfolg ja rukwan hatte erfolg ist ja auch neu gedreht worden morgen hallöche theater war auch gerade da haben ihre sachen gemacht auf der theaterbühne ist sommer im sommer geht viel los auch wenn wir jetzt das sommerloch haben wie gesagt nicht nur film auch im theater ist wie gesagt viel los und jetzt wird auch vieles gemacht auch jetzt ende der woche wird vieles gemacht in verschiedenen lokalen nennt sich lokal kunst im lokal heißt es aber wir bleiben hier bei star wars sommerloch ich werde wohl nicht viel berichten ich stelle nur fest dass star wars im moment so ein bisschen auch in so einem sommerloch verschwindet ich meine man hat ja gesehen fanity fair wie e8 und wir warten halt auf den nächsten teaser oder taser sogar und über einen dreiminütigen clip über e8 könnte ja sein dass im juli oder im august so was geschieht um uns noch mal so richtig anzukokeln geht rein geht rein ich bin ja gespannt ich bin gespannt wie voll e8 wird und ich bin gespannt wie die resonanz von e8 sein wird han solo ist klar das ist nächstes jahr das ist die sollen jetzt erstmal da in die pötte kommen ich meine was da abgeht ist halt ein fehlgriff dann muss man einfach so sagen weil wenn man regisseure gehen lässt mit gar nichts zufrieden ist weder mit der schauspielerischen leistung weil der schauspieler den han solo nicht so verkörpert wie han solo war ja man man hat ja eine vorstellung von han solo und das ist nochmal herrschen fort und er springt jetzt rein er sieht ihm ja ähnlich und durch die maske und das alles wird es sicherlich klappen dass er so etwas ähnlich ausschaut aber die gestik die mimik und wie er sich geben wird als schmuggler also dieses typische kann ich auch nichts für ja war nur schuldig mir also das sind so sachen dieses schlitzohle kam wohl nicht so richtig rüber deswegen hat er einen coach bekommen er hat einen trainer bekommen dass er dann die figur han solo richtig rüber bringt lassen wir uns überraschen so ich verabschiede mich jetzt erstmal ins sogenannte sommerloch ab in den sommer ja was man so sommer nennt also wenn ich jetzt hier raus schaue es ist warm es ist tropisch warm ist kein scherz es ist auch wie in den tropen halb dunkel nass ja was bekommt man kopfschmerzen klamme klamotten da heute noch eine figur kommt werde ich sicherlich gleich irgendwo im anschluss diese figur noch mal eben kurz vorstellen und zwar wenn ich glück habe kommt ja heute 3dipio aus e7 in e7 hatte er diesen roten arm und hatte sich ja zwischen lea und han solo gestellt ja schau mal haben sie mich vielleicht gar nicht erkannt aber wir mussten also nachlesen was er jetzt mit seinem roten arm auf sich hatte das wurde natürlich umgewitzelt ist klar aber durch ein comic wussten wir also dass sein arm durch eine schlingpflanze da entrissen und er dann halt irgendwo ein arm sich besorgt und dann daran montiert hat ja die dramaturgie denkt sich irgendwas aus ob das alles so sein muss frage ich mich jetzt da analog hier keiner mehr ist also analog mögen die leute star wars nicht so ich meine preise die hier aufgerufen werden sind ja auch nicht gerade günstig und deswegen digital digital freut es mich sehr viele zu wissen dass viele star wars fans sind ich finde es auch toll wenn die verlaufende kamera sich da einkleiden als stormtrooper wenn sie zeigen was sie so haben was mit was sie mit was ja genau mit was sie sich beschäftigen ich finde es auch klasse wenn die drohnen kapitäne ihre drohnen über das filmgelände sausen lassen und äh gott sei dank sind es ja zig sie quasi zig frames und somit können sie der beste frame ja raussuchen um äh ja die firma ist auch gerade beliefert worden ich hab alles weit auf ihr seid total recht herzlich willkommen im sommerloch lasst euch im sommerloch sehen wir können uns gerne hier in der lounge hinsetzen über star wars philosophieren austauschen live austauschen also wer zeit hat kann natürlich die sogenannte kultur hauptstadt jetzt heißt die grüne hauptstadt also zuerst war es die kultur hauptstadt 2010 die stadt essen jetzt heißt die grüne hauptstadt äh hauptstadt grüne stadt essen und ja die hauptstadt ist ja jetzt schwarz gelb also die hauptstadt ist schwarz gelb die ganzen dortmunder freuen sich dass sie endlich ihre fähnchen da hinsetzen können schwarz gelb schwarz gelb bin auch ich und solche scherze rufen können also haben wir jetzt sumsen hier ich hoffe dass die sumsen uns auch einiges bringen ich habe heute morgen schon einige anekdoten hier gehört von der sogenannten verwaltung es ist schon ziemlich merkwürdig und ich hatte auch gestern schon einige lustige sachen gehört wenn wir einen staat hätten würde der staat für uns auch was tun das ist richtig aber der staat tut nichts für uns weil wir keinen staat haben also nicht so wie wir uns den vorstellen den staat ja im september wie gesagt kommt weihnachten schon in einigen läden ist so am 20. in so einem riesen blumenladen ja sei schon bricht schon weihnachten aus und da bricht auch die kanzlei aus das heißt also wir machen unser kreuz im kreis und wählen dann mal wieder jemanden und vielleicht wird ja morgen hallöche also wie gesagt kommt dann zeige ich es euch hallöche morgen wegen der hohen frequentierung durch kunden mache ich keine live videos weil wenn ich jetzt ein live video machen würde somit ist diese frage auch vom tisch live videos jetzt hier von star wars und figuren und so würde auch die dauer langweilig werden weil ihr würdet nicht nicht oder keinen sehen der da spricht sondern würdet halt nur den raum sehen und dann wohnen sich das nicht die videoclips bedeutet dass man so ein bisschen abfallproduktion ihr merkt schon bin ruhig weil ich habe alles abgehandelt diesen super auftrag eine woche lang gefilmt eine woche lang die sind jetzt alle im kasten und sehe ich schon hey morgen grüße so wie alles angefangen hieß dieser herr anekin mit i nicht anekin er ist halt so wirklich 72 hat 14 seiten george lucas da am tisch liegen gehabt 14 seiten für seinen film star wars und dann kam natürlich vorgehen grüße die ware unterwegs da geht mir langsam auf den keks dhl war zwar da aber hatte nichts steht zwar laut amazon sollte heute geliefert werden jetzt ist schicht im schacht alles ist runter alle die schon besucht haben wissen ach ja also filmauftrag erledigt war eine wunderschöne sache eine ganze woche war da doch erstklassige wunderbare sachen zu machen jetzt ist die woche wieder geteilt jetzt wird sich wieder ihr wisst dann schon sich dem star wars wieder gewidmet so hobbymäßig berufsmäßig ein und dasselbe ähm ja wie gesagt total ist nicht gekommen deswegen kann ich es euch nicht zeigen danke dass ihr überhaupt wieder reingeschaut habt ihr habt besseres zu tun wie jetzt hier so ein videoclip euch anzuschauen das wetter war gruselig das wetter war grausig habt ihr auch schätzungsweise gesehen dieses gruselige grausige wetter aber dann müssen wir durch so ich beschleunige das ganze weil auch ich muss noch einkaufen ich habe keine lust auch in so ein unwetter hinein zu kommen ich muss da einiges nämlich tragen ich habe durst ich habe hunger möchte auch fernsehen gucken was man so fernsehen gucken nennt man macht ja sein eigenes programm mittlerweile und äh das normale programm kann man ja abhaken ja so ich weiß nicht wie es euch geht ich würde es geht euch gut so hoffe ich ja und ich hoffe dass ihr weiterhin auf irgendeine art star wars mögt es ist ja richtig was los da ist ja richtig bewegung ein bisschen floppt das ganze weil wenn man jeden tag star wars hört hat man auf irgendeine art ja auch keinen bock mehr auf star wars ähm in den alten zeiten hat man ja jahre warten müssen bis dann irgendwas gekommen war und jetzt geht es ja alle 6 monate alle 6 monate alle 6 monate alle 6 monate bis 2020 ähm so ungefähr ähm bin gespannt was 2020 ist wenn dann endlich alles fällig ist wenn dann endlich der letzte vorerst letzte da wir sind ja immer noch in der hoffnung wir sind alle in der hoffnung dass old republic irgendwann old republic gezeigt wird also darauf warten also ich mach jetzt schicht im schacht ich wünsche euch was euer Captain Rex Captain Rex 7567 schaltet ab CT ich wollte geradeaus machen ist sie gekommen natürlich über amazon die kommt also immer nach feierabend also früher kam die per DHL heute kommen die privat und privat kommt dann immer meistens nach feierabend so nach feierabend da wollte ich euch nur zeigen die ist auch echt das ist halt unser 3-3PO aus e7 passt also wird also e7 wird also immer mehr ich habe e7 da hängen dann habe ich Rook 1 da hängen und dann diverse andere noch so was es war immer ich werde mir so Rubriken machen ich werde mir alle von e7 da hinhängen alle von e8 e9 e6 und e1 also alle so nah und nah also die wichtigsten nicht wenn ich Zeit habe auch die andere ich werde mal ins Buch schauen also ist nicht schlecht gemacht ist okay für den Preis kann man nicht meckern ist okay wie gesagt ja ja in der Größe gefallen mir die Figuren und ja 15 cm 10 cm die gehen noch 3,75 ist mir zu klein ja somit habe ich 3-3PO aus e7 wo er halt den Arm verloren hatte den roten sich dran gemacht wo er zwischen Lea und Hand so ne wisst ihr ja ja habe ich den auch habt ihr auch so gesehen dann habe ich mir über Amazon gezogen momentan wie gesagt die Videos denkt dran die Videos sind Art Hobby aber in Wirklichkeit ist das Geschäft ihr könnt es kaufen viele die hier vorhin drin kaufen halt ich habe viele Figuren die extra für Kunden bestellt werden und die Kunden dann hier abholen na also momentan hängen die jetzt da erstmal weil das sind jetzt die Figuren für den Film und äh zum drüber sprechen also so schlecht ist es ja nicht und äh ja wenn man so sieht äh was George Lucas da gezaubert hat aus 14 Blätter mit seiner Idee und was nachher wirklich George Kurtz daraus gemacht hat und die anderen die da für ihn geschrieben haben ist schon eine tolle Sache so jetzt mach mich immer weg weil ich ja noch zu tun und möchte da noch was im Fernsehen sehen ne 3-3PO mit roten Arm mit einer auch Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017